Soe ich bau dann mal hier... NEIN! Was ist denn hier geschehen? TAPUT. Überall Löcher oder löchert? Ja, ich hab noch ne liger Lampe, guck mal. Hier mal hier, liger Lampe. IiiiiiiiIad ISTIIAA여 effectively! Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play von Minecraft Hackett, mit dabei der Ravixation LP. Guten Tag. Oh, das ist aber eine Menge weggesprengt worden. Und zu Gast einmal The Maxi Finkie. Jo Leute. Und der Servermeister schlechthin, wo ist er hin? Bitte, bitte. Da. Panade. Hi. Der hat ein Todesfall. Äh, nein. Oh, ja. Es hat einen Ausfall von mir gegeben. Und schon wieder. Nein, doch nicht. Ja, wir werden hier gerade belagert von bösen Kreaturen. Ich werde belagert von bösen Kreaturen. Steck im Lager fest. Hilf mir mal jemand hier raus. So, und wir müssen jetzt hier erstmal Maxi Finkie porten. TP. X. Maxi Finkie. Ich möchte dir was kaufen. Schummi. Nicht so frech hier. Achso, ich komme dann irgendwann mal wieder vorbei, wenn ich mal wieder irgendwie in dem Leben bin. Nein, Baum, 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 Unser Weihnachtsbaum wurde angegriffen. Es herrscht Krieg. Nein. Nein, Creeper. Das ist noch ein Creeper. What the fuck? Oh, ich mache sie nicht. Nein. Alter. Frohe Weihnachten oder was? Was geht denn hier? Mein Haus. Mein Haus. Schnauze da unten. Was geht da unten eigentlich ab? Warum sind da so viele Zombies? Verdammt. Oh. Piep. Piep. Was macht ein 50 Kilogramm schwerer Spatz auf dem Ast? Piep. Ja, so. Scheiße. Ähm. Oh, ich habe Samen. Ah. Oh, danke schön fürs Porten. Ich dachte, du wolltest nicht, Alter. Warum sind da jetzt Rummibäume? Ich habe noch keine Ahnung. Der Weihnachtsbaum ist fast nicht. Das sind nämlich deine. So, die Hälfte davon lasse ich mir mal übrig. Das gehört dir. Das gehört dir. Und was gehört dir davon noch? Ich denke mal das hier. Warte, ich kotze dir auch mal deine Items aus. Ich bin... Ah. Ich kann Dreck haben. Das hier. Ich mache dir mal meine Sklavenarbeit, ne? Ja, mach das mal. Los, unsere Sklaven. Und wenn ich jetzt ausgucke, kommt der nächste Creeper raus. Ich hätte ein Eisenschwert. Was, Creeper? Dann ist der Creeper. Komm her. Ich schieße den Creeper ab. Huah, ja. Huah. Hm. Creeper. Und da stirbt er. Mein Fall. Höhöhöh. So viel zum Essen. Hast du dich da bohren gemacht? Oh, ein Babyhuhn. Was macht das auf meinem Held? Hab ich es nicht. Babyhuhn. Das ist da oben geworden. Gut ausgewichen. Wo ist das Port Chicken? Ich schieb dir den Pfeil in den Arsch, Nikolim. Wo ist denn der? Ach da. Das finde ich halt einmal geportet. Das ist ein Port Chicken. Ein Porto 2 Chicken. Wir haben so viele Fäden, ey. Wofür braucht man überhaupt so viele Fäden? Für Wolle. Hm. Baumwolle. Komm, wir wollen uns ein Haus zusammen. So, ich baue dann mal hier. Nein, was ist denn hier geschehen? Gabut. Überall Löcher? Ja, ich hab noch ne lila Lampe. Guck mal. Hör mal hier, lila Lampe. Darf ich in der Welt buddeln? Sein schöner Tannenbaum. Ja, klar darfst du das. Sein wirklich schöner Tannenbaum. Oh Tannenbaum, warum bist du so behindert? Explodierst vor meinen Augen, reiß alles mit. Oh, fast ne Pflaume. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, du bist ein schmerzbehinderter Tannenbaum. Ich hasse es, Mann. Oh ja, Nikolim ist sauer. Oh, gibt's diesmal barrierefreie Weihnachten? Ach, du willst immer die Löcher ausfüllen? Aha. Ja, natürlich, sonst spawnt da runter noch was. Zum Beispiel ein Creeper? Ja, genau. Oh, du Niko, du bist Katze. Ja, das ist... Weißt was, ich packe, glaube ich, gleich echt ne Katze vor diesem Tannenbaum, damit er geschützt ist. Ja, klar. Ja, stimmt, das ist die Idee. Am besten sitzt sie oben drauf. Oh ja. Wir wissen, was auch gekommen. Warum hast du mir Cuddle Stones gegeben? Weil ich kann. Weil ich's kann! Oh. Ich bin die grüne Spitze. Oh. Habe ich dich nicht noch drauf hingewiesen? Yep. Ihr habt's alle mitbekommen. Ja. Ihr zwei. Also hier von... Was haben wir mitbekommen? Ey, mein Hund sitzt schon wieder woanders. Wie geht das überhaupt? Woher hab ich die? Egal. Es passt dafür. Der glänzt nur durch mein Haus durch. Oh, ihr habt ja richtig viel gebaut, ja. Dekonstruiere mal dein Haus ein bisschen. Ja. Ich will erstmal meinen Tannenbaum rekonstruieren, Mann. Tannenbaum! Alter, mach die Scheiße hier. Was? Jetzt ist die Enter Shepard auch noch da, obwohl wir gerade in Let's Playen. Was ist denn hier los? What? What? Und jetzt ist er wieder weg. Gut. Was ist das denn? Was? Will I forget to... Die Enter Ghost Man. Will I forget to... Die Enter... Ender. Ja. Die Ender. To schmeiß ihn hier raus. Die Ender ist... Hast du zufällig Strings am Start? Ohne Sklavenarbeit. Ja, such Diamanten für uns, Ende. Ja, such Diamanten, klar. Ich brauch ne Schere. Brauchst du Bonne? Nein, ich brauch veranabt nochmal hier so ein... Ja, nimm mal ne Kettensäge, die können wir auch benutzen. Die hast du übrigens noch, du Arsch. Ohne Eisenpettacke. Nein, ich hab keine Kettensäge. Ohne Scheiß. Wenn meine Kettensäge jetzt nicht in meiner Kiste ist, bring ich dich um. Ich habe keine Kettensäge. Ah, okay, ich hab sie gefunden. Chainsaw Man. Better, 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 better. Gib mir ne Spitze. So, ich brauch jetzt erstmal hier... Er sucht dir eine. Er sucht dir eine, bitte. Krabbel an meinen Kisten. Du darfst da alles rausnehmen, was du kriegst. Was so... War das gerade... Warte. Für dich öffentlich. Na, willst du mich angeln, hä? Ich bringe mich alles raus. Während du mich versuchst zu angeln, stecke ich dir einen Pfeil in den Arsch, du. Wieso, ich angle auch gerne Menschen. Hey, gut ausgewichtigt. Ich muss schon sagen, wo ist der Pfeil hin? Pfeil! Nein! Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. I took my arrows in the air. Wo ist der Pfeil? Pfeil, hallo. Hallo. Ein Fisch beißt an. Wo ist der Pfeil hin, ey? Scheiße. Scheiße! Vielleicht in deinen Knien? Nein. Scheiße! Ich glaube, das ist ein Fisch. Mein Pfeil. Wie kannst du denn, um diesen Scheiß Pfeil zu sammeln, ey? Ja, ich, ich, will den Miner haben. Du bist zum Schuss, Weizenfeld. Weizenfeld, 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 Weizenfeld. Blum, 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 blum. Denn ich habe mein Weizenfeld jetzt ummontiert. Direkt in mein Haus dran. Ja. Weil du es sonst gesehen hast. Nein. Hast du uns? Doch, hab ich, doch, hab ich. Und bin es so schön. Nein. P dreht die Heilpannade. Ja. Heil. Ist doch. Boah. Nooo. Habt ihr eine Mine? Ja. Ja, haben wir. Wir haben eine mega-Ultramine. Und zwar musst du, wo bist du überhaupt? Alter, ich brauche jetzt endlich mal Büsche. Jetzt ohne Scheiß, Leute. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, und einfach so Probleme hat, es zwischenzufangen. Ja, und das. Ja. Runterspringen. Nein, du hast die Treppe runter. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe da auch jetzt nicht mehr so Probleme. Da unten ist ein Loch. Bist du, glaube ich, gar nicht mehr sehen können. Sag mal, von voraus eingehitzst du? Aua. Okay, ich muss nochmal hoch. Panade? Ja. Wo bist du? Dahin. Ja. Achso, da. Ich muss jetzt mal was prämieren. Nichts, oder was? Ohne Scheiß. Guck mal, ich habe hier eine Unterhose von dir gefunden, Nicodem. Hä? Der Sklave braucht Essen. Die riechen ein bisschen. Nee, he, he, he. Das ist nicht meine Unterhose, das ist mein Zäpfchen. Das ist dein Tampon. Ja, auch. Oh, grauenhafte Musik. Was bedeutet das nur? Gar nichts. Okay. Wer hat denn jetzt hier eigentlich meine Holzstäbchen eingesammelt? Ich habe drei Stück, glaube ich, glaube ich, ich habe, ich weiß, das glaube ich. Drei Stück? Nur drei? Das waren aber mehr. Drei habe ich, nein, nur drei. Ich meine, mehr. Ja, okay. Ja, kann ich mich nicht mehr. Wenn wir meine Kettensäger aufgeladen haben, wer? Wer wollte Büsche sammeln? Ich. Hier. Hör auf, hier. Nicodem. Ja. Nicodem. Nehmen Sie und gehen Sie an einen Baum und säbeln Sie ein Glätter ab. Ja. Hier, kriegst du deine drei Stöcke. Ja, willst du nicht, Doc? Ja, willst du nicht. Ja. Ja, daneben nicht. Dann kann der. Du. Alter. Ich höre gar nichts von der Kettensäge. Was ist hier los? Also ich schon. Mach immer. Kommt, gehört das zufällig zur Mucke? Hier sehen Sie Panade. Weltmeister im Pfahl sitzt. Das macht wirklich. Ich bin der Sklave. Was ist dein Markt? Was machen die Rockplatten hier? Dürfte ich mal anmerken, deine Kettensäge ist fast im Arsch. Nein, das ist leer. Das ist ein Diamantensding kann man aufladen in einem Generator. Ah. Hast du. Ich bin der Weihnachtsbaum immer größer. Wie noch auf Strom. Das muss man ja taktisch hier abbauen. Morgen ist Freitag. Heute ist ja übrigens Nikolaustag. Ja. Ach ja. Happy Nikolaust. Auch wenn das so einfach spätigkommt. Wahrscheinlich. Ich sag mal so, ich hab meinen Abonnenten schon Glückwünsche gesagt. Dann Glückwünsche nachfäng ich von mir, wenn ihr das Video seht. Oder wenn ihr das Video in einem Jahr seht. Genau. Dann Happy Ostern. Ich bekomme keinen gefüllten Stiefel, ich bekomme nur einen Stiefel in den Arsch. Tja, aber manche Leute stehen drauf. Gefüllt mit Steinen. Auf welcher Ebene sind nochmal die Diamanten? Arsch-Ebene. 14. Arsch-Ebene. 12. 16. Knoblauch-Ebene. 16. Knoblauch-Butter. 6 bis 16. Ach, 6 bis 16. Okay. Okay. So, weg damit. Alles klar, sag mkel. Ey, gib sie mal her. Brauchst du die wirklich? Ja. Okay. Ja. Nicht die, nicht die. Kohle und Eisen soll ich liegen lassen? Genau. Hallo? Nein. Kohle und Eisen haben wir genug. Wir sind reich. Wir sind reich. Dankeschön, Opponenten-Sklave von eben an. So, jetzt brauche ich nochmal einen. Nee, drei. Passt schon. Ja, passt schon. Du bist der Sklave von South Park. Nein. Nein. Oh. So. So, und dann mache ich hier ein paar Zäune für meinen tollen Garten. Ja. Ey, da ist Lava und auch. Was ist denn das da? Was ist denn das? Das ist der Tod. Übrigens, Leute, es ist ganz schön spät. Ach ja, genau. Die Zeit müssen wir auch aufachten. Ja, das auch. Und wir müssen jetzt mal hier schlafen gehen. Hopp. Sie verarschen. Schlafen gehen. Wo kann man denn hier schlafen? Ist hier unten irgendwo im Bett? Du gehst da den Keller runter. Nicht bei mir, sondern dort links. Das sagt meine Mutter auch immer zu mir. Genau. Ab in den Keller mit dir. Alle schlafen bitte. Ja, Mann, schlafen hier unten. Welchen Keller, verdammt? Du kannst nicht schlafen. Du lockst dich einfach aus. Manu. Moment mal, ich war doch irgendwo im Bett. Ja, richtig. Du bist in der Mine, dort gibt es eigentlich ein Bett. Hä? Äh, wurde das nicht abgerissen? Ach ja. Ach ja. Äh. So lange lief ich das Bett. Und wir zeigen mal hier sehr schön. Ach ja, genau. Ich hatte hier was vor. Sag Bescheid, wenn du im Bett bist. Warte mal, kann ich mich selbst umbringen? Ich kann hier erstmal das Programm enden, weil ich vergessen habe, die Arbeitsspeicher zu regulieren bei Minecraft. Ich muss immer neu starten. Hinlegen und schlafen. Jetzt sofort. Hat irgendjemand ein Bett? Wie, da unten das Bett ist aufrecht? Da hat es kein Bett. Ja, ich locke das Bett aus im Moment. Lockt euch aus. Oh, es ist Tag. Oh, welch ein Wunder. Ein Wunder der Natur. Das ist Magic. Oh, Nico, dem? Ja. Wessen Haus ist denn das da? Am... Oh, 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 Nico, dem? Nein, geh von meinem Haus weg. Geh von meinem Haus weg. Nico, dem? Ja, ich greife ran. Heia, heia. Oh, 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 oh. Oh, oh, Nico, dem? Nein. Oh, da war das knapp, doch. Stier. Wenn du jetzt nochmal ankommst. Oh, der spawnt doch immer heimlich. Nein, ganz sicher nicht. Das ist nicht Banade. Der wird nämlich nicht einspawnt, sondern 20. Genau. So lange, bis der Server abkackt. Nein. Nein? Ist sein Server. Ne, doch egal. Wie war das nochmal mit der Atombombe und hier ist gar nichts abgekackt? Das war geil. Welche Atombombe. Das macht der heimlich hinter meinem Rückhoff ins Server. Ne, das war davor. Als wir den Server getestet haben, wie viel der wohl aushält. Ja, wir haben halt die halbe Welt weggesprengt so ein bisschen. Ja, und der Server ist nicht abgeschissen. Das war so geil. Ich dachte, euer Minecraft und euer Rechner. Nein, auch nicht. Komischerweise. Das braucht nur eine Weile zum Laden, das ist alles. Jo. So Leute, und die Zeit ist vorbei. Und damit sagen wir, hauen sie. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Hey, hat hier jemand Bock auf Borderlands 2? Ja. Ba, ba, ba. Na, ba, 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 ba Vielen Dank. Vielen Dank.